Yo, YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist zwar ein Live-Kommentary, aber ich will mal kurz was davor sagen dazu. Das ist ein Liga-Spiel. Gestern aus dem Livestream war das. Und ja, das Besondere an diesem Gameplay ist es wieder Liga. Und es ist ein 3 gegen 4. Wir haben zwar mit 4 gegen 4 gestartet, aber einer aus unserem Team ist rausgegangen. Das heißt, wir waren nur Scream, Delirium und ich gegen ein paar WZ-Leute von Impact und sowas. Wahrscheinlich kennen manche den unter Push it, Push it und so. Also, auf jeden Fall, es war ziemlich schwer und ich habe am Anfang gesagt, komm, können wir eh vergessen. 3 gegen 4 ist eigentlich so gut wie unmöglich. Und ich habe auch immer gesagt, komm, das rausgehen hat keinen Sinn. Aber wie man in diesem Gameplay sehen kann, es besteht immer eine Chance und verliert, also geht niemals raus. Also auch wenn es ein 3 gegen 4 ist, das kann man immer noch gewinnen, außer wenn es halt eindeutig ist. Dann kann man natürlich rausgehen von mir aus. Auf jeden Fall wollte ich euch das mal gesagt haben. Und dann viel Spaß bei diesem Live-Kommentary. Es ist eins meiner besten Objective-Gameplays, die wir bisher gemacht haben. Also habt viel Spaß damit und haut rein! Wer ist oben im Haus? One-Shot. Camper-Houster. Waffe leer! Sekunde! Yo, einer rechts! Rechts! Ja, fuck! Scheiße, ey! Oh, 3 gegen 4. Schon. What the fuck! Ja, das ist die D! Ich glaube ich habe ich auch fast gewonnen. Die hatte Impact. Und Skull. Ja, da können wir sogar rausgehen, Alter. Das ist 3 gegen 4. Ich kann mir das einmal noch versuchen, die nächste. Bleibt ihr mein Nächster. Auf die Beine! Auch ID und so. Auch ziemlich guter Plan. Ja, kriegst du die? Dann mache ich Tür. Muss neu kommen. Ich bin beim Nachladen! Wechsel das Magazin! What impact, Alter? Ich so ein Biest, der Typ. Wo ein Biest. Scheiße, ich habe falsche Killstreaks dabei. Wobei ich das vergessen habe. Mal zu Killstreaks, du siehst du? Alles dabei. Voll vergessen zu lernen. Ja. Oh. Ich habe ihn mit einer Flays geholt. Äh, Stellung, andere. Ja, ja. Ich hol die Punkte hier. Wir müssen irgendwie Streaks bekommen, einer. Komm an den. Komm an den. Ich habe Fairling-Ladung. Ja, super! Ey, Junge! War klar. Ja, gegen Impact und so ist es so unmöglich. Vor allem 3 gegen 4, ey. Das spielt, glaub ich, mit dem ID Vita zusammen. Das ist auch echt gut. Oh mein Gott, ich bring mich mit in den NATO, ey. Das ist so bitter. Hinten, Alter. Hinter dir. Was bringt das? So, keine Chance. Nein, Alter. Screamer, Streaks. Und sind kaputt. Sentry. So, keine Chance. Nein, Alter. Screamer, Streaks. Und sind kaputt. Oha, Impact wieder, Alter. Der jumpt da nur, wenn man hoch... Ey, einer muss sich da nur hinten verstecken. Oh, da hätten wir fast Turn-On gegeben, ey. Ey, wir filmen gleich, ne? Ich hoffe, es ist die nächste im 3 gegen 4 ein bisschen scheiße. Ja. Ey, jetzt knife-runnt die schon, ne? Ich bin schon bei der nächsten, ne? Ich bin ganz kurz vor Streaks. Und ich bin tot. Vornex, vornex. Ja, nächste. Ich bin ganz viel mit Impact. Deshalb weiß ich wenigstens, wie er agiert. Ey, komm. Wir führen. Wir führen den Spott. Lade nach. Scheiße, erst auf linke Seite, linke Seite. Ah, ich wurde grenade, ja. Na komm, das können wir noch drehen, das Ding. Oben ist er im Haus. Oben ist er im Haus. Oh, was ist das? Nächste. 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 Geht mal rein, ich hab den Shotgun. Ich kann die Seite nicht ertriegen. Guck mal, der Dive Catch hat bei uns eben so scheiße gespielt. Weil der im Gegner-Team ist später gut, oder was? Fuck, wie viel kommen wir? Drei oder zwei oder drei, ja. Ey, und dann meinen Aim, Alter. Ich wechsle jetzt. Ja, wir leben, wir leben. Wir leben, wir leben, wir leben, wir leben. Wir leben, wir leben, wir leben. Impact, Alter. Impact hört's mega an, Alter. Bei denen soll auch mal einer rausgehen. Das ist wenigstens fair, also. Nächste, 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 nächste. Ja, geht ihr, geht ihr. Ist down, ist down. Nein! Ey, ja, ja! Wir müssen jetzt noch Killstreaks haben, ne? Ja, das ist... Alter! Oh! Nice! Ja, geht wieder da oben nach. Achtung, jetzt kommt einer rein! Einen vor Streaks, eins! Wohnt, da ist noch einer! Kommt jetzt, äh... Nein, er knifet mich! Er knifet mich! Ey, nein, die hocken da alle drin! Scheiße! Ich geh schon mal zum nächsten, ne? Geh du rein, geh du rein! Feindliche Fernland-Ladung entdeckt! Passt du mal links auf, ich pass rechts auf! Alles klar! Nein! Ja, ihr müsst rein! Ich hab guten Spawn, ey! Pass! Ich bin drin! Ganz raus! Du willst! Passt du rechts auf? Ja rechts, komm, welche? Fuck! Ich weiß nicht wie, aber... Ja, weil die zu viert sind! Und... Ja, Mann! Ich sterb so schnell! Du willst nicht wieder auf! Ich glaub aber ja, das sind diese... Dieser Vital und dieser Wartipo, das sind seine Niedel-Mission-Freunde, mit der jetzt zocken wollte. Ich lade nach! Ja, streamen wir schon in der nächsten... Wenn wir die nächste jetzt halten, wieder wie vorhin... Dann haben wir vielleicht nicht... Erledigt! Ah! Erschütterungsgranate gebraucht! Komm, ARN-Action! Einer kommt hinten! Nein, der kommt doch vorne! Der kommt doch vorne! Ich versuch die wegzuholen, wenn die vorne reinklettern! Ja, einer ist ein Schrot, der kommt... Der kommt, äh, durch die Tür rein! Durch den Gang da! Ja, okay! Der kommt dritt! Der Schrotten! Okay, nice! Einer kommt noch hinten! Ah, noch einer! Noch einer! Der ist clear! Wir müssen... Ich... Wir müssen langsam zum nächsten... Ja! Scheiße, Alter! Gutes von uns alles! Perfekt, Leute! Perfekt! Du musst laufen! Okay, die kommen alle hinten! Chillt einfach drinnen! Komm, einer ist da noch! Langer Gang! Nice! Wir haben scheiß vorne! Nice! Come on, come on, come on! Ein bisschen rein! Scream! Ah, er hat keinen Blitzschock... Äh, keinen... Let's go win! Let's go win! Scheiße! Ein bisschen rein! Ein bisschen rein! Nice! Come on! Come on, come on, come on! Come on! Das haben wir! Das haben wir! GG! GG! Nice! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Drei gegen vier gewonnen! Nein! Nice! Nice, Alter! Oha! 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 Das war echt ein geiles Game! Scheiße! Boah! Alter, geil! Scream! Oha! 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 Boah! Alter, geil! Scream! Ohaha! Oha! Boah! 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 Lange nicht mehr so ein... Warte, ich schreibe Impact-Mox jetzt an! Boah! Boah! Boah!